hallo schöne grüße an den kanal Siggi Socklos hier ist wieder Pütti on Tour diesmal aus spanien ja ich befinde mich gerade in der nähe von alicante mehr oder weniger in der nähe von kalpe und bin bei besuch bei meinen eltern ja hier mache ich mal ein bisschen urlaub versuche ein bisschen herunter zu kommen doch die letzten wochen waren doch ein wenig stressig dementsprechend versuche ich hier mich ein bisschen zu erholen ich glaube das gelingt einem hier ganz gut weil man hier viele möglichkeiten hat das wetter im moment ist zwar nicht so schön aber wie gesagt das tut ja auch mal ganz gut wenn nicht so eine große hitze da ist das ist dann eigentlich so da wo ich mich täglich eigentlich so befinde da hinten habe ich meinen arbeitsplatz für die nächsten tage mit bei dem ich für entspannen kann runterkommen kann und daraus kann mich sämtliche aktionen starten ich kann darauf brauchen ich kann darauf trinken ich kann mich relaxen darauf und was man auch sonst so alles drauf zum arbeitsplatz machen kann dementsprechend ja hier ein paar eindrücke vom haus da oben geht das grundstück noch weiter da ist noch so ein schuppen hier ist der eingangsbereich auf die veranda hier ist denn der platz wo wir morgen immer frühstücken das ist dann auch diese aussicht die man von hier aus genießen kann ich denke mal das ist nicht die schlechteste in dem sinne ich wünsche dir ich wünsche dir hier aus spanien alles gute ich hoffe das wetter bei euch ist auch angenehm und wir sehen uns in naher zukunft wieder vielleicht melde ich mich doch mal und grüße aus spanien macht's gut mein freund bis bald